Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wo immer ihr seid, wann immer ihr seid. Danke, dass ihr meine Videos schaut. Mein Name ist Da Vinci Jeremy. Ich bin in the pipe, 5x5. Ihr wisst, wie es mir geht. Ich bin hier am Leben in Dubai. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ihr habt euer Wochenende genossen. Es war ein tolles Wochenende. Ich war bei einem tollen Event. Ich habe da eine Weile gesprochen. Und natürlich, ich habe sehr viel Spaß bei der Party gehabt. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich, ich werde bald das nächste Event haben. Also schaut euch das an. Ihr könnt auch mehr Informationen auf meinem Twitter oder Instagram finden. Also abonniert auch direkt auf diesen Kanälen, um zu sehen, was abgeht und was ich in der nächsten Zeit mache. Weil in der nächsten Zeit gibt es sehr viele Events hier. Also wenn ihr in Dubai seid oder vorhabt, hierher zu kommen, dann könnt ihr sehen, wo ihr mich treffen könnt. Und dann bekommt ihr diese Information, wenn ihr mir auf Twitter und auf Instagram folgt. Also mit dem gesagt, oh Mann, wir haben Nachrichten für euch und oh mein Gott. Wisst ihr was? Ein Verbot in Amerika von Kryptowährungen. Das könnte sehr beängstigend sein. Und dann würden sehr viele Leute sagen, das wäre das Ende von Kryptowährungen. Und darüber werden wir heute reden und viel mehr in der heutigen Sendung. Und natürlich, wie wir Bitcoin traden und Ethereum. Und wenn ihr das Ganze traden wollt, dann könnt ihr rübergehen zu femex.davincij15.com oder auch zu okx.davincij15.com Meldet euch an, es geht sehr schnell. Drückt auf den Knopf und meldet euch an. Das würde ich wirklich sehr schätzen und danke. Also lasst uns rübergehen zu den ersten Nachrichten. Und ich bin mir sicher, ihr habt es schon gesehen. Das war überall bei Twitter. Warren Buffetts rechte Hand Charlie Munger, der vor einer langen Zeit Kryptowährungen als Rattengift bezeichnete, sagt, dass wir China folgen sollten und Kryptowährungen verbieten sollten. Also, dieses Fossil hier, das ist Charlie Munger und das ist Warren Buffett. Ich kann verstehen, dass sie das sagen, weil sie nicht verstehen, was Kryptowährungen sind, und das ist eigentlich genau das, was den zu Millionären gemacht hat oder zu Billionären, wenn sie Geld drücken können und Sachen sowie Assets kaufen können, dann profitieren die dadurch. Also warum wollen die mit Bitcoin gehen? Nein, nie. Und wenn ich Zugang zur Gelddruckerei hätte, dann würde ich das auch nicht stoppen wollen und Kryptowährungen sind gegen diese Leute, die sehr reich sind, weil die Assets gekauft haben, umsonst eigentlich, absolut umsonst. Sie haben nichts dafür bezahlt und sagt mir nicht, dass es irgendwelche Zinsen gibt. Sie haben 0% Zinsen. Also, das ist der Grund, warum sie Kryptowährungen nicht mögen. Und das ist verständlich. Ich kann euch verstehen, kein Problem. Der Milliardär Ray Dalio sagt, Bitcoin sei kein effektives Geld, Wertaufbewahrungsmittel oder Tauschmittel. Oh Mann, ehrlich gesagt, er sagt weiterhin, es ist arzemberaubend, was Bitcoin erreicht hat, aber dann dreht er sich um und sagt, wir sind in einer Welt, wo Geld, wie wir es kennen, ist in Gefahr. Das jetzige Geld ist in Gefahr, was kollabiert, weil er weiß, dass es kollabiert und er weiß, dass es zum Ende kommt. Aber oh ja, Bitcoin wurde erfunden, um es zu ersetzen. Und das ist ziemlich lustig. Und ich denke mir, warum denkt der Typ das? Ich denke, es war ziemlich erstaunlich, dass es zwölf Jahre lang verendet wurde, aber ich denke, es hat nichts mit irgendwas zu tun. Es ist eine winzige Sache, die unverhältnismäßig viel Aufmerksamkeit erhielt. Und er sagt einfach, es ist nichts, es ist irgendein Assets, was einfach so aufgekommen ist, und es ist gar nichts wert. Und warum bekommt es unverhältnismäßig viel Aufmerksamkeit? Er sagt nur, warum. Er weiß nicht, warum es wirklich so ist, dass es eine bessere Art von Geld ist. Das ist jetzt noch nicht in seinem Kopf. Er denkt, es ist immer nur ein Asset, was du traden kannst, aber das ist mehr als das. Und deswegen kann er das nicht sehen, dass das die Weltreserve wird oder überhaupt Geld in der Zukunft. Und das ist das große Problem. Und ich verstehe das. Peter Schiff hat die gleiche Illusion, aber er macht genau das Gleiche, was ich tue. Er hasst es nicht, er datet es nicht, er tradet es einfach nur. Und das war's. Und nochmal Krypto-Fat hier. Krypto-Traden ist einfach nur zocken. Also, wenn du tradest auf dem Aktienmarkt, bist du nicht am zocken. Wenn du Aktien kaufst, anstelle Dollar zu halten, bist du nicht am zocken. Wenn du Dollar hältst und keine Aktien, bist du nicht am zocken. Aber willst du nicht wetten, wenn du Geld auf dein Bankkonto einzahlst, und es sparst für die Zukunft, dann wettest du darauf, dass dieses Geld irgendwann mehr Wert hat, sodass du überleben kannst. Aber das ist eine schlechte Wette. Eine wirklich schlechte Wette. Ganz sicher. Ihr wisst, dass das Geld kollabiert. Es ist nicht so gemacht, um weiterhin zu arbeiten. Solange die Menschen Geld aus dem Nichts erschaffen können, bedeutet es, dass Geld zerstört wird. Punkt. Und das ist, was auf uns zukommt. Es ist nur noch ein Typ, der darüber reden möchte, ich möchte Kryptowährungen verbieten. Ja, weil er es einfach nicht versteht. Und weil er ein Banker ist. Und dass er versteht, dass ohne der Möglichkeit, Geld zu erschaffen, dass er kein Geschäft mehr hat. Oh mein Gott. Er hat es wieder gemacht. Ich würde Kryptowährungen in einem Millionen Jahr nicht berühren. Danke, Kramer. Ich schätze das, wenn du das sagst. Und das bedeutet, dass Bitcoin noch weiter hoch geht. Jim Kramer sprengt gefährliche Rettungsaktionen in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar für die Kryptobank. So bereiten sie sich auf den Zusammenbruch des Krypto-Vertrauens vor. Oh, danke, Yahoo Finance, dass ihr den Vertrauen wieder in die Krypto-Szene bringt und den Leuten sagt, steig aus, sodass dieser Typ kaufen kann. Er bedankt sich bei euch. Weil ihr wisst, er lädt richtig auf. Nur dass ihr wisst, er lädt auf. Angesichts einer Auszahlungswelle nervöser Investoren bleibt eine kryptofreundliche Bank dank eines ungewöhnlichen Multi-Milliarden-Dollar-Darlehens zahlungsfähig. Ein Schritt, von dem Jim Kramer sagt, dass er sie von Stuhl hauen sollte. Das ist außergewöhnlich, twitterte der Mad Money-Moderator und Krypto-Skeptiker. Er ist jetzt ein Krypto-Skeptiker? Im Bullenmarkt? Er war der Krypto-Guru. Oh, wow. Wie sich das Blatt wendet? Ein Rettungsdarlehen der föderalen Home Loan Bank für eine Kryptobank und den Ansturm einzudämmen. Ich wünschte, die Leute wüssten, wie gefährlich das alles wird. Arbeit nicht wie gewohnt. Interessanterweise, du hast es nicht gesagt, im Jahr 2008, wo warst du, als die ganzen Banken ein Bailout bekommen haben? Wo warst du da? Als du gesagt hast, das ist notwendig. Und das Lustige ist, warum diese Bank dieses Bailout bekommt oder dieses Rettungspaket, um sicher zu gehen, dass wenn ich scheitere, scheitern wir alle und sie haben einen Weg gefunden, wie die sich als Bank mit dem ganzen Finanzsystem vernetzen, sodass sie kollabieren, dass es das ganze System runterbringt. Weil ihr kennt dieses Sagen. Wenn ihr der Bank eine Million Dollar schuldet, und ihr nicht bezahlen könnt, habt ihr ein Problem. Wenn ihr der Bank eine Milliarde Dollar schuldet, hat die Bank ein Problem. Also das, dieses Verständnis, kann diese Vernetzung in dem Finanzsystem sein, sodass, wenn sie nicht dir das Rettungspaket geben, dann wird das ganze System einfach bröckeln. Und natürlich wirst du dieses Rettungspaket erhalten. Und das ist der Grund. Und bedeutet es, es sollte da ein Bailout geben oder ein Rettungspaket? Nein, das sollte nicht. Das System sollte kollabieren, weil es nicht so existieren kann, wie es jetzt gerade ist, weil immer mehr Banken und Firmen reinspringen und verstehen, was sie machen müssen, um sicherzugehen, sich mit dem System zu vernetzen, sodass die einfach ein Teil des Systems sind und dass die nicht scheitern dürfen. Und das bedeutet, dann bekommen sie ein Bailout und dieses Rettungspaket. Und wenn sie das verstehen, dann werden sie Geld machen und es einfach weiterhin drucken. Und es druckt sie aus jeder Situation. Sie können klauen, was auch immer. Und irgendwann wird das Geld zu Null fallen. Und deswegen ist Bitcoin bereit zu rennen. Krypto macht sich bereit für 10 Milliarden Dollar Erdbeben, da der Preis von Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Cardano, Dogecoin und Solana abheben. Ja, die Kryptowährungen heben ab. Oh, schaut euch das an. Und wenn das weiter nach oben geht, das bedeutet, Bitcoin bekommt mehr Wert und wenn wir nach unten gehen, dann verliert Bitcoin seine Kraft gegen andere Kryptowährungen. Und das bedeutet, dass wir eine Altcoin Season sehen. Ich dachte, wir werden noch weiter hoch gehen. Aber das haben wir nicht gemacht. Wir haben uns hier umgedreht und die ganzen Coins schneiden ziemlich gut ab. Aber wir schauen uns das später an. Also lasst uns rüber gehen zu Bitcoin und oh Mann, Bitcoin, warum musst du das mit uns machen? Wie ich gesagt habe, das ist kein gutes Signal. Dieses Signal hat uns die Indikation gegeben, dass wir weiter nach unten gehen. Aber wenn wir diesen Bereich halten, das wäre toll. Einfach eine Wig nach unten und dann wäre das okay. Aber dieser Bereich muss halten. Und wir uns hier umdrehen, ansonsten ist es Licht aus für Bitcoin. und wir werden runtergehen zu den 20, 21.000, bevor wir dann irgendeinen Wendepunkt sehen. Also das ist die Situation, in der wir jetzt gerade sind. Wenn ihr das Ganze traden wollt, dann solltet ihr warten auf diesen Ausbruch. Also wenn ihr das shorten wollt, ich würde das von hier machen. Aber geh sicher, dass ihr nur 2% verliert. Und ihr könnt das Leverage dann noch erhöhen. Aber das Problem ist, wenn sich das dann hier umdreht und der Wig weiter nach oben macht. Aber ansonsten könntet ihr dieses Short nehmen. Ein 3 zu 1 und dann solltest du sicher sein. Und das wäre deine Short, ein einfacher 3 zu 1, wenn wir hier durchbrechen. Bei den 22.740, wenn wir das durchbrechen, dann wird es höchstwahrscheinlich noch weiter runtergehen. Vielleicht sehen wir ein Fakeout mit einer Wig, aber höchstwahrscheinlich werden wir den ganzen Weg runtergehen bis zu den 21.400. In dem Bereich, also bevor ich weitermache mit Ethereum, ich möchte euch da erinnern, dass ich ein Partner von Fitburn bin. Eigentlich bin ich sogar Ambassador und das ist ein Spiel oder spielerisch, dass du deine Motivation in deinem Fitnessprogramm erzielst und natürlich, du bekommst gute Belohnungen, NFTs und Punkte, indem du Sport machst. Eigentlich motiviert es dich einfach nur noch zusätzlich, um morgens aufzustehen und noch mehr Sport zu machen, weil ihr müsst das machen. Jeder sollte Sport machen. Ob du männlich bist oder weiblich, das ist egal. Ihr solltet wirklich jeden Tag Sport machen, weil es dir hilft, Gewicht zu verlieren und natürlich auch Herzprobleme und natürlich am Ende hilft es dir, noch länger zu leben und du willst länger leben, weil wir werden dann coole Sachen für Bitcoin und Ethereum sehen und ich mache dieses Video jeden Tag live und wenn ihr das live sehen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr abonniert und natürlich könnt ihr auch meine Trades sehen. Also meldet euch noch heute an unter davincij15.com Also lasst uns weitermachen mit Ethereum und Ethereum darf diese grüne Linie nicht durchbrechen und das wäre schlimm. Bitcoin hat es leider durchbrochen, aber das wäre die Unterstützung bei den 1624. Ich hatte diese Linie schon eine sehr lange Zeit da, aber ich habe diese Chart etwas aufgeräumt und ihr könnt sehen, dass es eine große Wahrscheinlichkeit gibt, dass wir wieder zurückkommen bis zu diesem Bereich, bis zu diesem W und hier sind wir jetzt gerade und da prallen wir ab von dieser Unterstützung. Hoffentlich werden wir das halten können und wieder über das 13. IMA kommen, diese gelbe Linie und dann weiter nach oben gehen und wenn wir über die 1726 Dollar gehen, dann werden wir einfach nur weiter nach oben explodieren und wenn wir diesen Bereich hier durchbrechen, bei den 1555 Dollar, das wäre der Bereich, wo wir dann sagen können auf Wiedersehen, aber lasst uns sehen. Lasst uns die Fibonacci Extensions zeichnen, von der Spitze bis zum Boden und da könnt ihr sehen, wir könnten runterkommen höchstwahrscheinlich bis zu 61.8 Autsch und dies etwa bei 1390 Dollar also das wäre das Ziel, wenn wir ausbrechen von dieser Linie und wenn wir nicht über den 1500 Dollar bleiben können Entschuldigung Leute, aber hoffentlich wird das nicht eintreffen, wir müssen einfach abwarten, aber wenn ihr das traden wollt, weiter nach unten. Ich würde warten, bis wir hier durchbrechen, bevor wir irgendeinen Trade öffnen, weil das könnte sich ziemlich schnell umdrehen. Also, danke, dass ihr alle geschaut habt, ich hoffe, euch hat diese Sendung gefallen. Ich glaube wirklich, auch wenn die Leute sagen, dass Bitcoin irgendwo verboten wird, dass es negativ für den Markt ist, nein, das wird es nicht sein, weil Amerika ist nur ein Land und Bitcoin wird weiter existieren. Auch wenn es verboten wird, sogar die Leute in China, sie besitzen immer noch Bitcoin und traden es hinterm Rücken der Regierung, es wird weiterhin benutzt. Wie auch Drogen, die auch verboten sind und es wird immer hier sein und irgendwann wird es übernehmen. Und ein Verbot wird die Adaption einfach voranbringen, also verbietet es. Und deswegen, danke, dass ihr alle geschaut habt und geht sicher, dass ihr Bitcoin besitzt. Weil es wird das Geld. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.